ich habe nur noch ein volles magazin bei den gas tanks ist auf jeden fall action jede menge action ich lauf zum roten lkw check das orange oder orange ja und genau auf der anderen seite sind die gegner da in diesem grünen bereich aber schlüsse ja weiß man schon mal ein pankeller rein er kommt er kommt er ist jetzt bei den steinen bei dem betonklötzern ich deck den links bei den betonklötzern er kommt links am lkw kommt er gleich den beton habe ich den beton habe ich da am lkw lebt noch dies war schießen auf den lkw typen flanken jetzt schön schönes ding ich helfe mich erst mal hier und achte erst noch schritte das war eine richtig gute aktion durchgucken